Aufnahme. Wenn Aufnahme darstellt, wird aufgenommen, oder? Genau. Die Aufnahme läuft ja schon. Ja. Wunderbar. Gut. Also, heute geht es darum. Hebt das Hand frei und fahr sofort. Die meisten von euch kennen diesen Ausspruch von Hans Christian Ströbele, der dann auch durch die grafische Medienkiriat wurde. Aber, naja, das ist leichter gesagt als getan. Also, ich habe mir eine ganze Menge Mühe gegeben, heute mal einen komplett neuen Vortrag vorzubereiten, das für alle Leute, die mich schon mal irgendwo gehört haben, werden hoffentlich heute nur neue Dinge hören, weil, wenn man das war, ging es um grundsätzliche Fragen der Drogenpolitik, warum sollten wir legalisieren, was genügend wir da brauchen, und wenn heute mal einen Versuch war, die Frage zu erklären, warum ist denn Cannabis noch nicht legal, und auf einer sehr, sehr praktischen Ebene. Also nicht, wir brauchen nicht groß rum zu philosophieren, wir brauchen nicht große Studien zu wetzen, wie gefährlich ist Cannabis, pharmakologische Details, das interessiert schon alles nicht, sondern einfach die Frage, warum ist es denn noch nicht legal, wenn die Faktenlage in unserer Welt so eindeutig ist. Ich meine, es gibt jetzt relativ viele Leute, die dann, gerade auf Facebook, da habe ich diese Fragen ein paar Mal im Raum gestellt, und da gab es relativ viele Antworten, die relativ viel erstmal in der Verschwörungshilfe rausgeklamt haben, und mir was von der Holz- und Baumwollindustrie erzählt haben, was von dem Enzlinger und seinen Lügen, und dann sage ich, ja, es gibt sicherlich viele Gründe, warum Cannabis verboten wurde, vielleicht spielen auch gewisse Wirtschaftsinteressen eine Rolle, aber das ist für heute nicht relevant. Für das Hier und Heute ist es egal, warum Cannabis mal aus welchem Grund darüber verboten wurde, wir müssen zu Erkenntnis nehmen, es ist verboten, und es ist gerade der Mainstream, dass das verboten ist, und die einfachsten Erklärung, warum Cannabis immer noch verboten ist, ist bei einer ganze Menge Lügen und Fehlinformationen fest in der Gesellschaft verankert drin sind. Also nicht so irgendwelche Blumenisten mit schwarzen Koffern regelmäßig in den Bundestag getragen werden, sondern weil sie in den Köpfen drin sind. Auf Beispiele werde ich später noch eingehen. Der zweite Grund, warum Cannabis immer noch verboten ist, warum Millionen Menschen in Deutschland kriminelle sind, und der Staat sie jagt, einfach nur aufgrund der Tatsache, dass sie sich gegen Alkohol entschieden haben, sondern stattdessen lieber Cannabis konsumieren, ist, weil die meisten dieser Konsumenten nichts gegen ihre Kriminalisierung machen. Das ist auch ein Fakt, den man feststellen muss, wenn man sich anschaut, auf der Hanfparade, da tauchen ein paar tausend Leute auf, wenn es hochkommt, der hat zum Ardobau schon vor ein paar Jahren kurz vor dem Ausgestanden, und man muss zur Erkenntnis nehmen, wir haben 100.000 Menschen, die sehr regelmäßig Cannabis konsumieren, und wir haben 15 Millionen von Menschen, die in Deutschland Cannabis-Erfahrungen haben, und dann würde der Johnson-Prozent sonst davon machen irgendetwas dagegen. Damit hängt natürlich auch zusammen, dass die Legalisierungsbewegung solcher sehr klein ist und schwach ist. Und wenn es für ein gewisses Thema wenig Lobby in der Gesellschaft gibt, dann bewegt sich auch nichts. So ist das in der Politik. Wenn ich irgendwelche Partikularinteressen habe, wie wenig Leute interessiert, und der Großteil der Bevölkerung interessiert sich auch mal nicht für Cannabis, und es gibt keine starke Stimme, die sagt, wir müssen da was ändern, dann bewegt sich nichts. Das ist keine böse Verschwörung, sondern das ist einfach Politik, weil erstmal der Status quo fest in den Köpfen verankert ist, und damit sich was bewegt, muss man eine ganze Menge anstellen. Man muss doch noch ganz klar fragen, an die Handgeweide, die sich auf Facebook, auf der Seite des Handwerballes jeden Tag Gewaltströmung aufregt, dass Cannabis immer noch illegal ist und schreit, der macht doch mal Regale, geben doch mal an der Sonne frei. Aber da muss man doch mal fragen, ja Leute, wie viel Leid ist die Situation? Wollt ihr gleich denn noch hinnehmen? Wie viele Menschen müssen denn noch verurteilt werden? Wir, viele, Millionen, Kinder, wollen sich denn weiterhin verstecken, bis man endlich mal begreift, dass die Legalisierung nicht von alleine kommt. Dass nicht irgendwann ein Politiker kommt, dass nicht irgendwann Frau Merkel kommt, ha, das ist wieder keine Regalisierung, das können wir ja jetzt doch machen. Dass irgendwann das Bundesverfassungsgericht sagt, ich ordne hier mit an, mach meine vernünftige Drogenpolitik, Leute, das wird nicht von alleine passieren. Da ist natürlich wirklich die Frage, die sich jeder stellen muss, der eine Meinung zu diesem Thema hat. Wann reicht's euch denn endlich? Wann steht man denn endlich auf und sagt, jetzt ist Schluss und ich mach etwas? Ja, selbst in den Eltern, wie ihr seht, dass das Proben auch wieder gibt es, auch am Text von Steffen Geier, der auch einer der wenigen Hanfaktivist ist, der jetzt schon seit Mai durch Deutschland Tiger, durch die Städte Tiger vor Ort Aktionen anschieben. Und leider in manchen großen Städten dann mit drei, vier Leuten da stand. Wo sind denn die Millionen Kiffer? Statt dummerweise zu Hause, Pizza essen von der Playstation, und ich zusammen mit Steffen Geier einfach mal sich blicken lassen. Ich werde mal einige Fakten in den Raum stellen, die für mich, der schon in den ersten zehn Jahren im Bereich tätig ist, erstmal subgesetzt sind. Wer das anders sieht, können wir dann im Anschluss gerne darüber diskutieren. Einstens, natürlich ist die Legalisierung möglich. Wir kommen immer wieder zum Kommentar, aber es ist eh unmöglich, es wird doch eh nie was passiert. Selbstverständlich ist eine Legalisierung möglich. Kann einem das wohl immer verboten und natürlich ist das auch rückgängig zu machen. Wir haben viele andere gesellschaftliche Urbrüche erlebt. Es gab Zeiten, da war es doch rum, normal sich in ein cooles Arm, seine Neger zu halten. Und wenn der jemand gesagt hat, hier das sind doch Sklaven, das sind doch Menschen, du kannst dich doch nicht wie Sklaven behandeln. Das wurde bei dem Vogel gezeigt. Inzwischen haben wir Obama als schwarzem Präsidenten und es ist denkbar geworden. Wir hatten Zeiten, wo Europa vollgestopft war mit Atomwaffen. Wo jede Hauptstadt vom Ostflug in Rala als Ziel des Westen war und andersrum. Haben wir heute nicht mehr. Aber es ist gefallen, die Systeme haben sich massiv verändert. Es ist möglich, dann ist natürlich auch eine Cannabis-Degalisierung möglich. Aber sie wird nicht von alleine kommen. Wir können nicht einfach zu Hause sitzen und warten, bis irgendwann eine Legalisierung kommt. Es wird auch nicht DIE Legalisierung gehen. Es wird nicht jeden Anfang im Bundestag gehen, der bei jetzt schon sagt, von heute auf morgen kann man das jetzt legal machen. Sondern es wird viele, viele, viele Einzelschritte gehen. Und es wird das Bohren von dicken Brettern werden. Mit vielen Kompromissen, die vielen Hunden stinken werden. Aber so ist das in der Politik. Und, was wir nicht vergessen wollten, am Ende vom Tag wird es darauf ankommen, im Bundestag eine Mehrheit zu haben. Und zwar die Mehrheit der aktuellen Regierung. Und aller Voraussicht nach, zumindest wenn ich es in den nächsten paar Jahren anschaue, wird es eine rot-grüne Koalition sein, die hier etwas bewegen kann. Einfach aus dem Grund, weil die CDU sich oft weniger bewegen wird. Und die Linksbereiche geraten zuständige Teil an der Regierung sein werden. Aus denen werden natürlich ihre Rolle spielen. Aber tatsächlich ist kein anderes Politiksystem denkbar in Deutschland, als die parlamentarische Parteidemokratie. Und innerhalb dieser ist die einzige Konstellation, die ich mir letztens vorstellen kann, eine rot-grüne Koalition. Selbst wenn man die gesamte Debatte von den Grünen ausmeldet, ist es allein die Tatsache, dass wir die SPD überzeugen müssen. Ich werde später mal ein bisschen was von der SPD erzählen, was die so für Thesen in den Raum stellt. Es ist allein die Tatsache, dass wir die SPD noch zu überzeugen haben. Ziemlich traurig auf Essen. Und es stinkt mir. Aber das ist die Realität, mit der wir umgehen müssen. Und das ist die Realität, die wir in der Politik machen. Auch ist es richtig, jeder kann seinen Beitrag leisten. Es wird niemand verfolgt, weil er sich für eine Realisierung einsetzt. Wer sich versteckt und glaubt, wenn ich dann irgendwo eine Koalition mache, zeige ich dann da nicht den Polizeikomentüger, dann hat zwar die Karabispolitik insofern ihre Wirkung gezeigt, dass das sie dort Paranoien gemacht hat, aus Grund des Verbotes, mit der Realität hat dann das aber wenig zu tun. Wer auf eine Handkriegung geht und nichts in der Tasche hat, hat nichts zu befürchten. Und wer einen Leserbrief schreibt oder einen Bundestagsabgeordneten einen Brief schreibt, ohne dann in der Tat eine Beleidigung zu erfüllen, hat auch nichts zu befürchten. Es ist natürlich mit wem, als wir auf dem Sofa sitzen zu bleiben. Aber heutzutage kann jeder seinen Gemeinde kundtun, er kann ein paar Flyer danach mal in den Briefkasten stecken und Politik wird nicht mal eben schnell klick-klack von wenigen Leuten entschieden, sondern Politik ist das Ergebnis eines großen Prozesses, da muss jeder mitwirken. Und, darum geht es heute nicht, darum ging es beim ersten Vortrag, progressive Drohnenpolitik ist auch mehr, erst nur tiefen zu dürfen, das ist eher auch eine etwas eingeschränkte Sichtweise. Aber dazu hatte ich schon am ersten Vortrag von dem Beginn gesagt. Wenn man sich anschaut, wie Politik funktioniert, muss man das sehr pragmatisch sehen, da entgült es wenige um irgendwelche Ideale, da geht es um, wie zum Beispiel der Serie Stark an Staatsarbeit, was Gerichtsprozess angeht, auf den Punkt gebracht hat, ich übertrage das mal auf die Politik, im politischen Geschäft, ich kriege. Und wer verliert, wer sich dumm anstellt, wird kaltgestellt, aber ist im Saarland politisch tot. Der zweite Punkt ist, und das ist eine Sache, die ich mich auf diesem Vortrag hier vorbereitet habe, immer weiter aus konstellisiert habe, die Wahrheit ist relativ. Suchen Sie sich eine raus, wir müssen eine raus und wir müssen Realität gestalten. Der Grund, warum die SPD, warum CDU oder Otto Mustermann von dem Amt gegen eine Katalyslegalisierung ist, ist, weil es in seiner Realität nun mal Sinn ergibt. Und wenn in seiner Realität eine schlimme Einstiegsdroge ist, dann macht es Sinn, dass es verboten ist. Und es ist unsere Aufgabe, zu erklären, zu beschreiben, wie denn die Realität unserer Ansicht nach aussieht, und warum seine Erden und Vorstellungen sehr gut in diese Realität reinpassen, wie wir seine Realität vereinfachen können. Und, bei Sonderkannig-Recht-Systemen, ist auch von den Beiratungsfunktionen besprochen worden, bei uns, wenn wir eine Gesetzesänderung haben wollen, dann kann das die Realisierung nicht am Ende vom Tag ein Beschluss des Bundestages, der mit 50% plus einer Stimme beschlossen wird, geht es darum, solange wir diese Menschen im Bundestag nicht überzeugt bekommen haben, sondern dieses 50% plus einer, können wir Recht haben, wie der Papst in der katholischen Kirche, das bringt uns nichts. Wir müssen die Leute überzeugen. Und erst dann wird sich direkt etwas ändern. Solange wir im Bundestag eine Mehrheit bekommen, können wir an die Bevölkerung entscheiden, wie sie möchte, sondern da nicht am richtigen Moment diese 300 Händen in Höhe geben, bei der Frage, ja, wollen sie diesem Antrag zustimmen, werden wir nichts ändern. Was auch klar sein sollte, also wenn man sich die Frage stellt, warum ist denn Cannabis denn nicht legal, muss man sich auch überlegen, wenn ich etwas verändern möchte, wenn ich irgendwo mitspielen möchte, von dem Tick, mitgestalten möchte, und das effektiv machen möchte, also ich meine, der Grund, warum Cannabis noch nicht legal ist, liegt auch nachher nicht nur, weil wir vielleicht schwach sind, weil wir jetzt wenige sind, sondern weil wir es vielleicht auch falsch gemacht haben bisher, weil wir es vielleicht noch nicht richtig gemacht haben, weil wir vielleicht die Ressourcen haben, nicht richtig eingesetzt haben, und deswegen müssen wir auch verstehen, wie Politik funktioniert. Und nur wenn wir verstehen, wie Politik funktioniert, und zwar in der Politik, und nicht in unserer Bund-Vorstellung. Natürlich können wir einfach davon träumen, dass wir irgendwann direkte Demokratie haben, und dann stimmen wir halt immer ab, und wir haben die V-Einheit, und dann wird Cannabis wahrscheinlich legalisiert, das System haben wir in Deutschland nicht. Und wir können auch irgendwann davon träumen, dass wir irgendwann keine Regierung mehr haben, aber das ist auch noch sehr, sehr weit entfernt. Und deswegen müssen wir schauen, wie funktioniert heute Politik, in Berlin, ganz konkret, wie sorge ich dafür, dass der Bundestag kein Beschluss muss? Und erst wenn ich mir die Mühe mache, und das ist anstrengend, weil das verdammt komplex ist, und niemand an der englischen Antworten weiß, erst wenn ich da nicht weiter bin, kann ich effektiv Politik machen und wirklich was verändern. Das ist auf jeden Fall nicht bei einer Welt, in irgendwelchen Blatten, Feindwende und Verschwörungstheorie. Also gerade, ich weiß nicht, ob es speziell auch kein anderes Thema liegt, aber zumindest dort sind die Leute gespickt davon, von die da oben und die Politik und die CDU und die lassen doch eh nicht mit sich reden und die interessieren sich doch eh nicht dafür und die Farma-Industrie und ihre schwarzen Koffer und Ensslinger. Diese einfachen Antworten, wie gesagt, deine Bewertung der gesamten Politik im Gang und Nebel sind, mögen vielleicht nett sein, wenn man am Standtisch mal wieder mitreden möchte, aber sie helfen nicht, wenn man verstehen möchte, wie Politik funktioniert. Und darum geht es am Ende vom Tag. Und, ich habe schon mal gesagt, Politik ist das Ohren von dicken Brettern. Wenn man sich anschaut, ich habe ja gestern zum Beispiel mal die Geschichte der Homosexualität angeschaut. Und bei dem kompletten Werdegang, wie viele Jahre und Jahrzehnte es gebraucht hat, bis Homosexualität in der westlichen Hemisphäre so normal ist, wie es heute ist, hat es auch Jahrzehnte gebraucht. Es hat unglaublich viele kleine Schritte gebraucht. Es hat Rückschritte gebraucht, es hat Aktivisten gebraucht, es gab Leute, die wurden erschossen für ihre Meinung, aber es hat viele mutige Leute gebraucht, die sich dann irgendwann mal hingestellt haben, übten sich, ich bin abdauernd, der Leute, ich bin schwul. Die wurden heute wieder geweht. Dass es Bürgermeister gab, dass es Polizisten gab, dass es Priester gab, die sich hingestellt haben und sich gekappt haben. Da hat es sehr viele gebraucht, bis sich da etwas geändert hat. Da sind wir auch im Bereich Karabist noch weiter von dem Fall. Gerade in Deutschland, in den USA ist es deutlich, am Freitag da auch ein paar Prominent, sich zuzugeben. Ja, ich habe konserviert und es ist gut so und ich finde es auch gut, wenn es legalisiert wäre. Das wird mit den USA relativ häufig. In Deutschland gibt es zwar eine ganze Menge Promis, die mit dem Klischee spielen, aber wirklich mal Tacheles reden, macht die wenigsten, bis hin zu anderen Gestalten, denn Söhne läuft eine Stadt, ein bisschen im Süden von hier, die dann mal, zwar das von den Image drin hatten, aber dann mal erwischt wurden und dann erstmal abgeschworen haben und ich mache es mir wieder. und dann spende ich noch ein paar Tausend Euro für einen Antikodenverein. Das ist auch so ein gewisses Problem in Deutschland. Und auch als Anspruch, wenn man dann sagt, Hanfparade bringt doch nichts, Hanfparade bringt doch nichts, Steffen Geyers, Tua bringt doch nichts. Hat es denn irgendwas gebraucht? Wir haben noch im Bundestag. Erstens, Politik funktioniert nicht nach dem Prinzip aus A folgt B folgt C und wenn C nicht folgt, dann muss A scheiß gewesen sein, sondern Politik ist immer ein Prozess. Und wenn das mit der Legalisierung von Kanadis auch einfach wäre, dann hätten wir sie bereits. Die Fakten liegen schon lange auf dem Tisch. Wir hatten das bisher nur noch nicht geschafft. Das Wissen, das Verhalten ist, so einzusetzen, das heißt, dass die Politik sich auch wirklich bewegt. Hier eine kleine exemplarische Liste, die auch gar nicht in Anspruch mal vollständig ist zu sein. Was Sie da tun können? Wer keinen Bock hat, sich das wovon auszubewegen lohnt, wer kann das mit ein paar wenigen Mausklicks per Paypal, dem Hanfparade auf Euro nicht zukommen lassen, der Hanfparade auf Euro nicht zukommen lassen, kann Steffen ein paar Geierfragen auf Euro zukommen lassen, damit die Leute auch lange für sie Politik machen. In der USA ist das ganz normal, dass man seinen Lobbyverband das Geld gibt, die lassen haben Politikvereine. In Deutschland ist das jetzt sehr, sehr unterentwickelt. Nerv Politiker. Darauf werde ich später noch ausgedrückt. Wenn sich irgendein Politiker in der Öffentlichkeit hinstellt und man wieder behauptet, kann er bisher eine Einstiegsfrage, müssen Menschen da sein, die widersprechen. Wenn er das in der Öffentlichkeit macht, muss jemand da sein, er widerspricht. Wenn er was parteiinteren sagt, muss auch niemand da sein, er widerspricht. Deswegen ist für mich, wie der heute das Hanfparade war hier, dabei auch noch bei dem Grünen aktiv, auch in meinem Aktiv, den wir fürs Hanfschuhl haben, das auch noch mal lang beschrieben haben, warum ich auch immer noch bei den Grünen mitglied bin. Weil es verdammt aber wichtig ist, weil man ansonsten überlässt man Leuten die Relate Grün aus das Feld und eigentlich müssen alle bei der SPD-Mitglied werden, weil die müssen wir noch überzeugen. Und da muss überall jemanden sitzen, wenn man lieber jemanden einen dummen Spruch über Karmes hat, dass man sagt, nein, das ist ein wichtiges Thema, das ist ein Bürgerrechtsthema, wir müssen uns da bemühen. Nervt mich die Politiker. Schreibt Leserbriefe. Leserbriefe sind der einfachste und effizienteste Weg, Realität zu beeinflussen. Woher haben die Menschen in Deutschland das Wissen über Drogen? In erster Linie aus den Medien. Jeder, der sich mit seinem persönlichen Thema ein bisschen besser ausgeht, weiß, auf welchem Niveau die Bild-Zeitung berichtet, wenn es um spezielle Themen geht, wenn es um komplexe Themen geht. Man muss feststellen im Bereich Drogen, schreiben alle Medien auf Bild-Zeitungs-Niveau. Also es ist kein Wunder, dass die Bevölkerung die Meilen und die Bilder im Kopf hat, die sie hat. Aber wir können auch in die Medien, die Medien sind nicht politisch gesteuert. Wir werden produzieren auch nur das, was da ist und drucken ab, was sie geliefert bekommen. Und solange aus der Amtschöne, solange von Menschen sagen, kann aber so in Garen keine Wortmeldungen kommen, werden sie auch nicht viel davon drucken. Deswegen schreibt Leserbriefe. Ganz einfach damit. Vorkommen über alles. Zu Sachen vor wenigen Minuten. Vorladen ins Internet. Schreibt einen Leserbrief. Damit nur eins ist die Realität. Damit bekommen die Menschen mit. Oh mein Gott, es gibt da auch noch eine andere Meinung. Da sollte ich mir mal Gedanken drüber machen. Kleiner Beitrag, aber ein selten Center. Das Handverband weiß ich ja, wie schwer es ist, in die Medien zu kommen. Da muss man Glück haben, dass Frau Merkel bei ihrer Aktion getrieben hat, die wir uns anschließen konnten. Dass es die Anhörung im Bundestag gab. Da haben die Medien zu reagieren. Ansonsten war es ein bisschen immer das Einfachste, sich einen Leserbrief zu schreiben, weil damit schafft man es auch ganz schnell in viele große Zeit. Wenn er abgedruckt wird. Wenn er abgedruckt wird, in der meine persönliche Erfahrung ist. Es werden mehr Leserbriefe abgedruckt, als man denkt. Ich habe umgekehrt gemacht, aber gut, dass Sie uns machen. Es ist natürlich auch immer die Frage, man muss sich auch da natürlich, wie in der sonstigen Politik, eine gewisse Regel halten. Er muss kurz sein, er muss zurückdann sein, aber auch das alles, das brauche ich euch jetzt nicht zu erzählen, da gibt es im Internet. Wunderbare Seiten. Ich werde die Links auch bei einem Vortrag, den ich von der Shell mit dazu packen. Er ist genau beschrieben, wie ein Leserbrief aussehen kann. Wie es aussehen sollte. Welche Leserbriefes waren, die abgedruckt wurden. kann man einfach aus Vorlage nehmen, man muss das Rad nicht tausendmal erfinden, die kann man ein bisschen remixen und gut ist. Nächste Punkt ist, verteilt die Infomaterial. Das ist auch eine ganz einfache Sache. Kann jeder machen, ohne irgendwie Angst zu haben. Geht man zum Beispiel auf den Shop vom Deutschen Armverband. Wir drucken das Zeug für euch, ihr kriegt es geschickt zum Selbstkostenpreis. Das heißt, deckt euch drauf ein, probiert es mal aus. Deckt euch auf die Viertel komplett mit ein. Es dauert ein paar Stunden, dabei nicht. Die kann man machen, wenn ihr eben in den Mund rausgeht. Tut man Straßenzug eindecken oder ein paar Hochhäuser mit ein paar Freier. Alles das sind kleine kleine Beiträge, unter dem Strich wirken. Der nächste Punkt ist, ich habe auch gleichzeitig später noch ein paar Punkte, Bildet euch! Bildet euch! Schaut doch! Es gibt genug gute Texte, die beschreiben, wie Katapolitik funktioniert, wie man bei jedem Bereich Kanadis zu argumentieren hat. Aber bitte objektiv und vielseitig. Also nur das wiederzugeben, was im Handburg-Forum steht, ist dann aber auch ein bisschen einseitig. Es hilft nichts, dort recht zu haben wie der Papst der katholischen Kirche. Man sollte es in der Lage sein, sich in die Gegenseite rein zu versetzen und die Argumente zu wählen, die dort anschauen, nicht die euch wichtig sind. Weil es ist nicht relevant, was für euch wichtig ist. Sondern es ist relevant, was für die Leute, die noch nicht überzeugt sind, die mit wichtigen Argumente sind. Darf ich gleich weitergeben. Und letzter Punkt, verletzt euch! Wir kriegen so viele Anfragen, das haben wir dann, macht doch mal hier eine Demo, macht doch mal dort eine Demo. Können wir nicht messen. Aber es hat sich gezeigt, dass wir mit ein bisschen, oder Nationen, mit ein bisschen die Leute zusammenbringen. Über unser Forum oder über Facebook, wo sowieso einfach nicht rumhängen. Weil die Leute zusammenbringen kann. Da ist uns der Handstag in München entstanden. Deswegen sind dort 700 Menschen auf die Straße gegangen, seit Jahren zum ersten Mal. Weil sich dann meine Leute zusammengesunken haben, gesagt haben, wir wollen jetzt was auf Ort machen und es funktioniert. Einer nein? Ja, das ist schwierig. Aber wenn man eine Handvoll hat, dann noch eine Handvoll. Und was mein persönlicher Rat ist, sagt er auch einfach. Piraten mit dazu nehmen, die Linkspartei mit dazu nehmen, die Grünen, die Grüne Jugend. Weil das sind auch die Leute, die Arme haben, mit einer Demoanmeldung. Das sind auch die Leute und die Polizei. Keine gründigen Chitane macht, kann man die Partei auch unbeschütend als Vehikel benutzen. Eben sie dazu, macht eine Demo vor Ort. Am Hanfttag, irgendwann im Jahr. Macht was, verletzt euch. Dann könnt ihr auch was erreichen. Und wenn wir zum Globo-Vaguaner-Marsch, Anfang Mai, nächstes Jahr nicht nur drei Städte, sondern vielleicht zehn Städte in Aktion haben, im Jahr 30, 50 Städte, dann ist das auch irgendwann die kritische Masse erreicht, dass die Medien mitbekommen, nicht nur da ist eine Aktion und da ist eine Aktion, sondern das ist ein Aktionstag, wo sich Menschen Deutsch dabei tausend auf die Straße geht, wie kann man das? Da könnt ihr auch einen Beitrag leisten. Zur ganzen Diskussion, und das wäre jetzt wieder ein ganz konkretes Ergebnis aus der Anhörung, die es Anfang des Jahres gab, habe ich mal einige Fakten gesammelt, die ich essenziell empfinde für die Debatte, die wir auch in den Debatten die letzten paar Monate sehr weiter veröffenten haben, weil es einen gewissen Punkt ein bisschen klar stellt. Der erste Punkt ist, auch das ist weiter breit, in der Hand fredet, zu sagen, kann er sich vollkommen handeln, so war gar kein Problem, und wer was anderes behauptet, der muss ja von der Farbe und der Geschmierzeit zahlen. Ein Bullshit. Natürlich ist da ein bisschen Drogen, die auch bis jetzt in die Welt. Und wir haben auch in Deutschland Probleme mit Leuten, die sehr, sehr jung, exzessiv konsumieren. Natürlich gibt es auch Leute, das kann ein bisschen wie klein sein, aber spielt auch eine Rolle damit. Wenn junge Leute zu viel kippen, wenn 13, 14-Jährige, die sich jeden Tag wong, sie wong einziehen, das ist nicht gesund. Das sollte man zum vorderen Klammern machen, das ist nicht der Punkt. Das sollte jedem von uns klar sein. Aber, darum geht es nicht bei einer Digitalisierung. Alle Vorschläge, die hier im Raum rumstehen, von den überreisten Personen bis zum richtig vorsichtigsten Personen, seit Slink oder Grün oder Anfang, weil es gibt keinen Vorschlag, der sagt, wir wollen jetzt Cannabis als Wettbewerb verdienen. Das hollert kein Mensch. Das muss man klar machen. Das hat bei unserem Vorschlag noch einmal ganz klar gemacht. Cannabislegalisierung bedeutet, dass wir eine Bank für Erwachsene schaffen wollen. Dass wir erwachsene Menschen die Möglichkeit bieten wollen, eine Alternative zu regieren zu haben, ohne sich strafbar zu machen. Und, da sind wir wieder auf eine Sache dran, die Leute reinversetzen, da kann man dann bei Elternargumenten sagen, Leute, erst wenn wir diesen regulierten Markt haben, sind Kinder geschützt, weil die dann reinkam werden. Es geht um Erwachsene. Es geht um Erwachsene. Es geht um Erwachsene für die, die, und das soll auch ebenso klar werden, wie das Cannabis Gefahren birgt, dass Erwachsene die Strafverfolgung und die negativen Auswirkungen ist Schwarzmarkt das Hauptrisiko ist. Und dafür, für diese Menschen haben wir eine Lösung. Überhaupt nicht die höchsten Sachen für 13-jährige Jugendliche und Kinder, die sind die Kiffen. Nein, es geht um diese Person, die wir angeguckt machen wollen, sich aus der Illegalität zu holen. Es geht auch generell eigentlich nicht um die Frage, wie gefährlich ist Cannabis. Das war der Fehler, den, also kurz vor der Anhörung im Bundestag, das war eigentlich auf Antrag der Linken, die Cannabis-Social-Clubs haben wollten. Und aufgrund dieses Antrags ist einfach seine Anhörung und dann hat die SPD, da hatten schon den Titel gegeben, wie gefährlich ist Cannabis. Dankenswerterweise haben wir meistens nachverklägt relativ schnell gesagt. Zum Beispiel, Raphael Gassmann, das ist der Geschäftsführer der Deutschen Kommission für Suchtfragen, das ist eigentlich ein Dachverband der Drogenhilfeeinrichtungen, Ursprung trockener Altschens. Also nicht um die gerade der Verband, der jetzt für ausschweifende Ligenismus bekannt ist. Selbst er, als jemand, der eigentlich nur Leute vertritt, die mit den Leuten zu gut haben, die Probleme mit Drogen haben. Ganz klar gesagt, es ist nicht relevant, wie gefährlich Cannabis genau ist. Sondern, wir reden über die Cannabisregulierung, über eine Marktregulierung. Und dann ist die entscheidende Frage, bringt dieses Verbot irgendjemand etwas, der ein Problem hat oder der kann nicht schnell machen? Dann hat er ganz klar gesagt, es bringt niemand etwas. Es bringt nur Nachteile. Wenn der Gesetz nur Nachteile bringt und niemand Vorteile nennen kann, dann sollte man das Verbot sein lassen. Auch das ist immer wieder spannend, wenn dann solche Sachen kommen wie, ja, der THC-Gehalt, der sei ja so stark gestiegen und das ist ja so ein riesiges Problem. Persönlich glaube ich eher, dass der THC-Gehalt nicht explizit im Durchschnitt gestiegen ist, sondern, dass die Spannbreite dessen, was auf dem Markt ist, der viel größer geworden ist. Aber wie dem auch sein, auch das ist ein Punkt, der bei der Frage, ich habe das schon gesehen, seit Jahrung hinein, irrelevant ist. Weil das der THC-Gehalt unkontrolliert ist. Das ist eine Folge des Verbots. Und eine Folge des Verbots kann nicht als Begründung für das Verbot dienen. Und alle Leute, die sagen, es ist ein Problem, dass der THC-Gehalt unkontrolliert ist, den muss man sagen, ja Leute, wie wollt ihr das denn regulieren? Im Bereich Heilbronn haben wir eine ganz einfache Sache. Da steht auf jeder Fall schon drauf, wie 5% auf den Rest, wird auch kontrolliert. Kein Problem. Dazu brauchen wir einen regulierten Markt. Was zwei Thesen sind, die immer wieder dauernd umstehen, da ist es dann sehr nützlich, wenn man entsprechend gewappnet ist. Saalev-These eine Legalisierung über den Klimaanstieg bringen. Und die zweite These ist, gerne, das ist eine Einstiegsdroge. Gerade zum zweiten Punkt habe ich in meinem ersten Vortrag schon sehr umfangreich ausgelassen, deswegen, dass ich das jetzt hier nicht wiederholen werde. Aber auch dazu gibt es inzwischen schöne Ansatzpunkte, wo man nicht sagen, ja, der Handverband schreibt, sondern, es gibt da wunderschöne Dokumente des Bundeskriminalamtes, des Bundesverfassungsberichtes, die Deutsche Ampferde für Sucht tragen, und selbst Drugcom, ein Projekt der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, sagt, es ist keine Anstiegsdroge. Mit diesen Fakten muss man die Politik immer wieder haben. Naja. Vielleicht kurz auch zum Stand der Legalisierung. Was gab es dieses Jahr? Wir hatten, wie ich schon erwähnte Anhörung, wie gefällig ist, gab es zum Antrag der Linken. Die Grünen haben ein sehr spannendes Fachgespräch zur internationalen Drogenpolitik. Auch das ist eine Perspektive, die man sich immer bewusst anhalten sollte. Der Konflikt in Afghanistan, die Konflikte in Mexiko, die Konflikte in Amerika, in Westafrika, sind alles Konflikte, die die ganze Perspektive mit unserer Drogenpolitik des West, mit der Drogenpolitik des West zusammenhängt. Und, dass Warlords und Haliwan in Afghanistan sich mit Milliarden finanzieren, geht darum, dass unsere Drogenpolitik ist, und dass der Staat Mexiko nach und nach aufhören zu existieren, weil er dann im Bürgerkrieg untergeht, ist eine Folge der US-organischen Drogenpolitik. Es gab eine Anhörung auf Antrag der Linken, äh, auf Antrag der Grünen. Das war relativ spannend, weil ab da hat man gemerkt, Anhörung für Anhörung es tut sich etwas. Vor ein paar Jahren hat die Anhörung klar gemacht, es gibt eine Verbindung gleichwertig aus Medizin, viele Menschen bekommen noch nicht Cannabis, obwohl es nicht das Medizin helfen würde. Persönlich fand ich auch sehr beeindrucken, wenn dort ein Arzt steht, der Kinder mit Cannabis behandelt, weil sie gewisse selben Erkrankheiten haben, wenn da Vertreter der Farbeindustrie da sind, die sagen, jetzt laufen Studien, Cannabis für psychische Erkrankungen einzusetzen, und andere Vertreter ließen bei dieser riesigen Palette eine Indikation auf, wo Cannabis helfen kann, das haben wir jetzt alles aufgenommen, das gibt es in der Mediathek des Bundestages abzurufen, und es kann Cannabis brauchen, er hätte es nicht gewusst, auch bei der CDU trinkt es man langsam durch, selbst die Bundesdrogenbeauftragte war ausnahmsweise anwesend, zumindest in dem Punkt, glaube ich, ganz klein wenig, dass sie da vielleicht mit Funzen, mit Finzenaktivität zeigen könnte. Was auch sehr unheimlich war das Fachgespräch der Linken zur Drogenpolitik, die wurde auch komplett aufgezeichnet, in besonders auf der Hauptsache der Linken, komplett abzurufen, mit vielen wirklich sehr, 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 sehr guten Beiträgen von dem Vertreter der Schildauer Kreises, von vielen Kriminalisten, von Soziologen, die ganz klar gemacht haben, wo die Probleme liegen, hört die Deutung zu, sie haben eben viele spannende Sachen zu sagen. Was ganz aktuell in der Debatte ist, was ich auch sehr spannend finde, den Antrag der Grünen, die Grünen haben darüber herum diskutiert, was man denn für einen Antrag stellen könnte, ob er jetzt einen droben Fachgeschäft einen Antrag stellt, die Digitalisierung aller Drohungen fordert, dann, sie haben sich überlegt, daher wir machen, danach einen Antrag nachdem die SPD zwar gesagt hat, eine Legalisierung ist mit uns nicht zu machen, aber eine Endkriminalisierung, das können wir uns vielleicht irgendwie vorstellen, haben die Grünen gesagt, gut, dann schreiben wir noch einen Endkriminalisierungsabteil, dann schreibt er ganz simple ganz harmlos, oder einfach konsumbezogen in Delikte, in der Besitz von einer geringen Menge ist von der Straftakheit auszulegen, also nicht, wie heute, eine geringe Menge verfahren kann eingestellt werden, sondern eingestellt ins Gesetz rein, bis zu der Menge nichts, ist der Besitz von einer geringen Menge ein Straftak mehr, das ist egal. Einfach, um bei Doppelungen zu starten und zu schauen, wie reagiert denn jetzt die SPD, in der Hoffnung, dass man sie irgendwo packen kann im Prinzip zumindest an der Stelle mal verarbeitet, damit, wenn es irgendwann mal wieder eine hohe Regierung gibt, die SPD irgendwo mal packen kann, wobei sie auch 96 solche Anträge selbst gestellt hat und dann zwei Jahre später nicht mehr davon wissen wollte, aber zumindest ist das taktisch gewählt, eine sehr spannende Sache, der zweite Teil dieses Antrags ist es auch, mal eine Kommission einzurufen, die man ganz objektiv die Drogenpolitik bewerten und evaluieren soll, weil in der Fachlecht ist eben vollkommen klar, dass die Drogenpolitik wie wir sie heute haben vollkommen gescheitert ist, und gegen so eine Kommission wird auch die Bundesrepublik auch ein Problem haben um zu argumentieren, weil wenn sie so überzeugt von ihrer eigenen Politik wäre, dann sollte sie ja kein Problem damit haben, sich das mal einfach bewerten zu lassen. Was da zwei andere Vorstellungen sind, die durchaus spannend sind, es gibt weiterhin die Drogenkommission und Drug Policy, die hat im vergangenen Jahr einen Bericht rausgegeben, die hat durch eine Meeting begeistert, auch durch die Deutschsprachigen, wo sie auch nochmal eine Bilanz aufgestellt haben, Drogenpolitik, auch der, gar nicht für explizite fehlen, schaut man um ihn mal rein, der ist auch nicht schrecklich lang, aber er bringt an vielen Stellen zum Ausdruck, wo an welchen Stellen global die Kacke wirklich am Dampf uns wegen unserer Wiesen Drogenpolitik, natürlich nicht nur auf Cannabis bezogen, ist sehr lebenswert. Was aktuell gerade in der Debatte ist, dass in Südamerika sich gerade eine ganze Menge Tendenzen ergeben, unter anderem Urundwolle, die andere Kacke haben, Cannabis zu legalisieren, also dort ist auch gerade eine ganze Menge Bewegung, was dafür spannend ist, weil wenn wirklich ein Staat hier mal einen großen Sprung nach vorne der Marken Cannabis legalisiert, wäre das etwas einmaliges, denn auch in den Niederlanden ist Cannabis nicht völlig legal, aber auch das ist in der Form der Niederlandspolitik, Urundwolle hat eher einen Staatskontropon, so wie es die Skandinavier haben bezüglich Alkohol. Und eine Sache, die auch immer wieder betont werden sollte, ist Portugal. Portugal hat von erst 10 Jahren, sehr konsequent, Drogenkonsumenten entkriminalisiert, dort gibt die Devise, wer Drogen konsumiert und ein Problem hat, der braucht Hilfe, aber keine Polizei, und wer Drogen konsumiert und kein Problem hat, auch keine Polizei. Und dort wurde wirklich sehr konsequent das Hilfesystem ausgebaut, die Konsumenten entkriminalisiert, das wurde inzwischen alles evaluiert, es wurde inzwischen auch von mehrfach festgestellt, dass das auch konform mit allen internationalen Verträgen, also das ist eine Sache, die wir ganz konkret machen würden, ohne dass irgendwelche internationalen Verträge uns davon hindern. Auch hierzu gibt es eine schöne Broschüre, die die Linke hat übersetzen lassen, wo das alles nochmal in Detail aufgeführt ist. Auch nochmal zum Stichwort Internationale Verträge, das könnte ich meine Übersicht nochmal mit aufnehmen, Internationale Verträge binden Deutschland, was gewisse Punkte angeht, klar. Die ersten Schritte aber, was diese konsigantige Kriminalisierung angeht, was Coffeeshops angeht, was Cannabis Social Hubs angeht, die es zu hunderten in Spanien gibt, das könnten wir alles machen, denn diese scharten haben es gemacht und sind immer an gleichverträgen unterschrieben, als auch das im Säugen-Orgiment, das vorgeschoben wird. Und wenn wir das dann alles haben, also wenn wir Cannabis-Medizin für alle haben, wenn wir den Konsumenten kriminalisiert haben, Cannabis-Social-Clubs in jeder Ecke haben, wo dann im letzten Schritt geht, dann wird das mit internationalen Verträgen wirklich problematisch. Aber dann können wir uns auch gerade darum kümmern. Also wir haben mehr als die Luftfreibäume, die wir nutzen können. Kommen wir zurück zur Frage, wie funktioniert so das mit der Politik? Also einerseits ist auch klar, wir brauchen, oder wir sollten aber, das ist sicherlich keine zwingende Bedingungen, aber das ist sicherlich sehr hilfreich, wir brauchen eine Mehrheit für das Thema der Bevölkerung, wir brauchen eine Mehrheit für die Gemeinde und am Ende vom Tag brauchen wir sie auch im Bundestag. Kommen wir erstmal zur Bevölkerung. Was sind denn erstmal viele Zahlen? Ich lese es aber nur vor. Das ist eine Umfrage, die ein Institut von sich aus gemacht hat, also die jetzt nicht für diejenigen, die mit dem Institut in Auswahl gegeben wurde. Und am Ende vom Tag gibt es so die Frage, wie stehen sie zu einer Legalisierung von Karpis? Und das Ergebnis ist, dass 40% der Bevölkerung sagen, ja, finde ich gut, oder finde ich eher gut, 60% sagen, nein. Deswegen erstmal der Punkt, wenn Leute schreien, die Politik machen wir was ihr will, und dann denke ich nochmal was die Bevölkerung will, im Bereich Cannabis haben wir keine Mehrheit für die Legalisierung. Wir haben sie derzeit nicht. Wir haben genug Prozente, um zu sagen, das ist ein ernsthaft Anliegen, und es wurden auch schon viele andere Sachen, wo schon auch so sinnvoll sind, wo nur 40% der Bevölkerung dahinter standen, aber für eine echte prezise Legalisierung gibt es derzeit keine Mehrheit. Wenn man sich die Sache etwas detaillierter anschaut, das ist eine zweite Umfrage, die hat der Deutsche Handverband einen Auftrag gegeben, bei Emnet, also im ganz normalen Institut. Auch hier ist die Erkenntnis, wir haben hier ein differenzierter abgefragt, die haben da gesagt, naja, soll es bleiben bleiben, wie es ist. Entkriminalisierung, Legalisierung, und dann kommt man zu den Ergebnissen, dass 40% der Bevölkerung klar davon ist, dass es so bleibt, wie es ist, 20% sind für eine echte Legalisierung und für eine Entkriminalisierung oder Legalisierung sind eben ein 60%. Also für eine Entkriminalisierung, also für eine prinzipielle liberalisierung in der Kangask-Politik gibt es eine Mehrheit. Das Spannende daran ist auch, dass es ja so oft wie der Ost und West, Hände bei Bein, Alltag, Bildung, auch noch da Parteienkonferenz, es gibt da keine besonderen Unterschiede zwischen einzelnen Gruppen. Also die größten Schwankungen sind, dass, gerade, dass die 30- bis 39-Jährigen eher noch reformwillig sind, ansonsten schwanken die Zahlen, alle im sehr, sehr Respekt, was auch spannend ist. Also selbst in einem CDU-Land gibt es keine Mehrheit für die Politik von heute. Es gibt sie nicht in Bayern, es gibt sie nicht in Bad Württemberg. Es gibt sie nicht bei Alten, nicht bei Jungen, nicht bei Osse, nicht bei Westen, nicht bei Männern oder weitreich. Also das ist ein Thema, wo die Gesellschaft sich relativ einig ist. Fand ich persönlich überleicht, weil ich eher davon ausgegangen wäre, dass junge Menschen, die über Prinz, die über Rader denken, sie tun es eher nicht, die 14- bis 20-Jährigen sind eher mit die Repressivsten. also am wenigsten eine Legalisierung zu bedeuten. Wenn ich diese Erkenntnisse bezwege und wenn ich davon ausgehe, dass in der Gesellschaft sich am ehesten was bewegt, wenn die Bevölkerung mehr nicht dahinter steht, dann war ich ein Blick in die USA. Hier die USA, da haben die Legalisierungsbeforderungen den Vorteil, dass die Frage nach der Einschränkung zur Legalisierung sehr regelmäßig abgefragt wird. Also das ist der Grafik von 1969 bis 2014 geht und man kann zu wenigstens etwas sagen, das ist auch in der Vergangenheit auf und ab, gab hier den absoluten Tiefpunkt 1989 und ab dort ging es bergauf. Es ging bergauf um 1-1,5% pro Jahr, 2% pro Jahr, glaube ich, und deswegen kann ich die Prognose wagen, wenn bei der Frage Legalisierung ja oder nein nur 40% ja sagen, braucht es mindestens noch 5-10 Jahre, bis dort die 50%-Wahrheit geknackt wird. Wenn ich diese differenzierte Fragestellung mache, wo dann die Epikriminalisierung über alles bergte, dass wir 20% heute für die Legalisierung sind, und selbst wenn es um 2% in den USA steigt pro Jahr, werden wir über 15 Jahre brauchen, und es werden mehr und wir kommen gefahren. Das ist natürlich ein sehr einfacher Ansatz, die Geschichte läuft nicht im Jahr, aber als erste Größenordnung sollte uns klar sein, dass wenn Deutschland hier und die ganze Menge Jahre hinterher hängen und die USA, und was die öffentliche Meinung angeht, deutlich vorauskommt. Deswegen glaube ich persönlich auch, dass es noch diese 10-15 Jahre brauchen wird, bis die Deutschland erst etwas bewegt. Das wird uns so wahr, was die Umfragen angeht, also die Politik macht schon, dass sie mehrheit möchte, zumindest was die Legislierungsfrage angeht. Zur Frage, warum sind denn die Menschen gegen eine Legalisierung, das wurde hier auch gefragt, das fand ich sehr spannend, ist auch wieder da spannend zu tun, eigentlich die Reaktion hochzusehen. Das wichtigste Argument für die Menschen gegen eine cannabis Legalisierung zu sein, ist, Cannabis ist eine Einstiegsdroge. 73% der Leute in eine Legalisierung verbeten glaubt das. Also mit Märkten, für uns war Cannabis eine Einstiegsdroge. Ne? Wer einmal kifft, kann man doch eh irgendwann auf der Basisgruppe da haben. Für uns mag das beliebig lächerlich sein. Für die öffentliche Debatte das ist der wichtigste Punkt. Das ist nicht schön, das ist eigentlich ziemlich traurig. Man könnte kotzen, wenn man sich antworten, weiß nicht, wie Quiddens gibt, die gerne halt wirklich sagen kann, das ist Family Stiftroge. Aber das ist das Niveau, da müssen wir die Menschen abholen. Weil nur wenn wir diese Menschen überzeugt haben, werden wir etwas verhindern können. Deswegen allgemein mal und weniger gute Argumente für Cannabis negativieren. Wenn Menschen glauben, Cannabis ist eine Einstiegsdroge und ich komme damit ein Argument wie, ich kann mit einer Cannabis-Feuer den Haushalt salieren. Oder Cannabis ist ein voller Rohstoff. Was wird die Person dann denken? Du spinnst doch. Nichts anderes mit dieser Person denken. Wenn jemand überzeugt ist, dass das Cannabis körperlich abhängig machen kann, dass es geistig abhängig war und eine Einstiegsdroge ist, und die Person Angst um die Kinder hat, dann ist es mit dem Argument zu kommen, dass man aus Angst noch eine Seile machen kann, vollkommen gackert. Es mag natürlich das Richtige sein, dass es ein toller Rohstoff ist, aber als Argument, mit Mehrheit der Bevölkerung zu überzeugen, ist es vollkommen ungeeignet. Muss man leider zur Kenntnis nehmen. Auch die vermeintliche Unschädlichkeit von Cannabis zu betonen, ist wenig hilfsreich. Erstens, natürlich gibt es auch Menschen, die einen problematischen Cannabiskonsum haben. Und genug Menschen würden eher sagen, wenn man sagt, Cannabis ist weniger schädlich als Alkohol und Tabak, dann würden sie sagen, ja dann sollten wir schlecht bei Alkohol und Tabak sehr viel härter vorgehen oder sehr viel weiter einschränken. Weil das ist halt eher gerade bei Habitus und der Gesellschaft, dass das nicht so ist. Der Mensch im Prinzip das Recht ist, selbst zu schädigen, sondern nein, derzeit ist eher diese Mentalität da. Der Staat muss das schon alles regeln und wenn Alkohol eine größere Gefahr ist, muss man halt mehr mal Alkohol machen. Aber das Argument, Cannabis zu legalisieren, liegt es leider nicht. Beste Argumente, meine Damen und Herren, weil es Argumente sind, bei der Bevölkerung die nicht eher ankommen ist. Eine Legalisierung würde mehr Kontrolle bringen. Sie würde Jugendschutz ermöglichen. Sie würde dafür sorgen, dass man Cannabis nicht an die Ecke bekommt. Wenn man die Menschen fragt, holt ihr, dass weniger Menschen Probleme mit Drogen haben, dass es weniger Drogenschäden gibt. Jeder hier habe ich geschreit. Dann müsste es sein Gärtner. Aber wenn ihr das wollt, dann müsst ihr nie das Verbot sein. Weil das Verbot heute, das Abstinenz-Docma, das nicht offen darüber gesprochen hat in der Schule, verhindert gar eine Tradition. Arme und Lacken, Brat und Hilfe. All das, wir verhindert euch das Verbot. Also wenn ihr möchtet, dass weniger Menschen Drogenprobleme haben, müsste sie die Legalisierung sein. Weil dann haben sie euch zum ersten 30 Mal Ja gesagt. Das möchte ich. Der Jugendschutz. Ja, ihr seht die Kriminalität. Wenn irgendwo mal wieder Debatte aufkommt, wir haben auch in Deutschland demokratisierte Kriminalität. die Pays, Angels und Co. Wenn es um Mexiko geht, wenn es um Afghanistan geht, dann können sie sagen, ja, dann muss man es gerne anderen an. Lasst uns doch denen den Geldwagen abdrehen, indem wir eine vernünftige Drogenbanken einfüllen. Das Verbot, Brot auf Lügen und für die Impfung anzunehmen. Auch das sollte man immer wieder besprochen. Also wenn Leute möchten, dass Glaube die Präventionen machen, und für Präventionen und offene Potenziale, muss man auch sagen, liebe Leute, wie soll sich denn jemand ernsthaft mit Jugendlichen über Drogen unterhalten können, wenn er keine Antwort weiß auf die Frage, also keine vernünftige Antwort, weiß auf die Frage, ja, also mein Vater, der zieht sich jedes Wochenende zwei Flaschen Porn rein und fällt in der Gegend rum, so ein Vatertag, wo es ja nicht mehr oben und unten ist, aber wenn ich kiffe, steht die Polizei für Ausdrücke, wo ist denn da die Logik? Und erst wenn wir eine Drogenpolitik haben, die kohärent ist, in der Hinsicht logisch ist, zumindest im Ansatz, dass wir die Leute mehr glauben, was auch noch Prävention fordert wird. Gut. Warum kann ich nicht weniger schenken, dass es falsch kapiert wird? Der zweite Punkt, also ein weiterer wichtiger Punkt ist auch, wenn alle Leute nach vorne haben, wir brauchen mehr Prävention, wir brauchen mehr Aufklärung, wir brauchen mehr Hilfe, wir brauchen mehr Streetworker. Ja! Gut! Da wir aber jeden Euro noch einmal ausgeben können, lasst uns doch die ganzen Polizisten, die kann Strafverzeichnung in den Kiefer schreiben, dürfen diese Arme entlasten und dafür lieber Sozialarbeit einstellen. Es bringt doch nichts Leute, in den Gnast zu sperren oder sonst die von staatlicher Seite zu belästigen, was ja für den Staat immer mal aufhören ist, wenn sie eigentlich ein Problem damit haben, wenn sie Probleme damit haben, investieren wir das Geld auch in Hilfe. Auch hierzu gibt es schöne, höchst offizielle Zahlen, dass zwei Drittel der Ausladen, die der Staat in Deutschland tätigt, pro Jahr im Bereich illegalen Drohungen, zwei Drittel davon, fließen in Repressionen. Also von zehn Euro, die der Staat investiert, um das Drohungenproblem anzugehen, fließen sie mit Polizei und Staatsanleitung in Gefängnisse. Man kann mal fragen, ist das wirklich die Politik, die ihr möchtet? Ist das nicht ein bisschen unausgebogen? Damit kommt man, meiner Meinung nach, dort eher eine Menschenmarkt. Zu den Sozi. Ja, aber keine Sorge, man muss sich die ganze Zeit lesen haben. Das ist nur ein ganz praktisches Beispiel, wie man Politik erwerfen kann. Da muss man dann ein bisschen klein gehen und sich zum Beispiel mal schauen, nachdem die Grünen diesen Antrag eingereicht haben, so kann man ein bisschen criminalisieren, oder auch der linke Antrag, so kann man Social Labs, gab es natürlich eben dazu ein gutes Tag. und sind selten total gespannt. Persönlich kriege ich mir auch meist nicht mal der Pulto, wenn ich den Scheiß lesen muss. Aber, dann kommt, tut man sich keinen einzigen Punkt mal raussuchen. Weil dann sagt vielleicht Frau Graf, Frau Graf ist die drohenpolitisch flächeren der SPD-Fraktion, dass, wie gesagt, sowohl die Frage, inwiefern kann das Konsum die Wahrscheinlichkeit für einen späteren Konsum hat, der Punkt erhöht, ist mir nicht so eindeutig hinterlegt worden, wie die Grünen hier machen, behaupten. Einfach einfach in ihrem Argument. Dann sind sie tot, wieder so, als wäre Cannabis vielleicht der Probleme mit der Einstiegsdroge. Wo bin sie, wenn man sich die befördernden Meinung der Beförderung anschaut, eigentlich nur eine sehr gewesigte Position vertritt. Weil drei Viertel der Menschen, die gegen die Legalisierung sind, glauben besser, dass das eine Einstiegsdroge ist. Sie schließen es nicht so richtig aus. Und hier kann man sich ganz konkret fragen. Liebe Frau Graf, worauf schließt sie denn diese Anlagen? Also das Bundesverfassungsgericht, und das BKA, und die PZKA, sagen alle das Gegenteil. Wie kommen sie denn zu ihrer Kabinist? Und das muss ein bisschen noch das Ziel in der Debatte sein. Jeder Politiker, der so ein Bullshit von sich gibt, wie kann man seine Einstiegsdroge? Sollte gefragt werden, und zwar in vielen Stellen, das ist das ganz konkrete Abgeordnete Wortsch gegangen, ein großartiges Werkzeug, das wir inzwischen haben. Aber ich bin gespannt, was sie halt fordert, was sie mit dem Problem bekommen. Und das ist eigentlich weiter. Und wenn wir wissen, dass die Gegner an der Legalisierung sich ihre ganzes Argumentarium absehren, also ohne echte Quäle, aufgrund von Mutmaßnahmen, aufgrund von widerlegten Theorien, aufbauen, dann können wir sie hier angreifen. Ebenso sollte man zwar ein bisschen in der Zeitung stehen, es ist ein lesertiefes Tagel, wo genau diese wunderschönen, objektivsten Quellen Gedanken werden, die Politiker fragen, liebe Leute, wie kann es sagen, dass ihr das noch unbehauptet, rechtfertig für euch? Diese Möglichkeit haben wir inzwischen, dein Ablauf, Wortsch, dein Facebook oder, wenn ihr einfach mal einen Brief schreibt. Das nochmal, das wollte ich eigentlich auch nach vorne ziehen, das ist auch, wird auch so Bildungsarbeit. Das ist einfach der Gang der Dinge, wie in Deutschland ein Gesetz entsteht. Und das soll sich dann jeder, der von der Legalisierung ist, klar haben. Wir wollen am Ende vom Tag eine Gesetzesentwicklung. Und da werden wir ganz oben anfangen müssen, dass im Idealfall eine Bundesregierung keinen Antrag einbringen wird, dass eine Drogenverauftragte, als Teil der Regierung keinen Antrag einbringen wird. Dann bleibt mir im Bundestag der Versorgung im Kutzen. Oder, gehen wir noch einen Schritt zurück. Noch weiter oben ist, wenn wir sich die gesamte Fahrt anschauen, was wir jetzt brauchen werden. Wir werden erst mal mindestens eine Partei brauchen, die die Legalisierung im Wahlkampf stehen hat. Haben wir auch gar mehr. Gehen wir mal davon aus, dass die Grünen das auch am nächsten Problatt drin haben, im Ernst meinen. Dann muss es eben immer noch so wichtig sein, dass es in den Koalitionsgesprächen mit der SPD nicht hinten rausfällt. Das braucht Druck. Es braucht Druck in der Partei und außerhalb der Partei. Und gerade an der Punkt geht der Partei, wurde gerne unterschätzt, weil natürlich ist, das Portfolio einer Partei ist mal groß, und welche Sachen dann eigentlich oben auf die Tagesordnung kommen, bestimmt man auch, indem man mit dabei ist. Also, wir werden jetzt eine Wahlprogramme haben müssen, wir werden jetzt einen Koalitionsvertrag anbringen müssen, wir werden jetzt dann den Koalitionsausschuss auch auf die Tagesordnung bringen müssen. und wir gehen das Thema jetzt an. Wir merken gerade in der Politik, wie gerade Themen von der CSU und der FDP kann man nicht vor sich hingeschoben werden. Und zum Beispiel dieser Punkt Betreuungsgeld, das da gerade diskutiert wird, auch auf sehr wackelndem Bein steht, obwohl da einer Seehofer dahinter steht, der durchaus eine gewisse Macht hat, als Ministerpräsident, die auch die Möglichkeit hätte, die ganze Koalition platzen zu lassen. Wir haben eine Messerwelle erlebt, der mit seiner Forderung und einem einfachen Hintergrund im Steuersystem eine brutale Beaufwandlung hingelegt hat. Also selbst in der Regierung drin zu sein, und selbst das einen Koalitionsvertrag hier zu haben, reicht doch nicht. Also wir brauchen sogar dann auch noch die Verhältnisse, dass es im Koalitionsausschuss landet und dann wirklich von der Regierungsseite aus eingebracht wird. Und dort wird es dann die Medien sich noch stürzen. Von den Medien hat jeder verrückte Politiker eine ganze Menge Respekt, leider auch eine ganze Menge Angst. Peter Strug von der SPD hat mir ganz klar zugegeben, dass sie das Thema Cannabis in der zweiten Legislaturperiode von Rot und Grün haben sein lassen, weil sie Angst hatten vor der Bild-Zeitungskampagne. Ich danke Herrn Strug für diese ehrliche Aussage, weil das zeigt uns auf, solange wir in der öffentlichen Meinung keine vernünftigen Mehrheit haben. Solange jede Zeitung, was jede Zeitung, auf dem Niveau, bei Cannabis schreibt, für die Bild-Zeitung, ist klar, dass die Politik wenig Bock auf das Thema hat. Auch die Oppositionsverhandlung werden da stehen. Also, ich meine, die Linke, die Piraten werden da nicht das Problem sein, die werden das eher noch nicht unterstützen und Rot und Grün vorantreiben, hoffe ich nochmal. Aber, dass sich ein CDU da weiter hinstellen kann, oder erzählen kann, Cannabis ist ein Einstiegsroh und Rot und Grün, wer hat schon da an alle Kinderverteile und der kommt da in Durchschnitt der Öffentlichkeit. Solange wir das nicht ändern, solange sich ein Politiker ohne Probleme trauen kann, so einen Scheiße von sich zu geben und er nicht, in der öffentlichen Debatte dafür, mit Horst gesehen, aus der Fresse bekommt, solange das noch ist, ist klar, dass jede Regierung, selbst wenn sie geneigt ist, in den Bereich, was zu machen, sehr vorsichtig sein wird. Unerwässigungen, und dann wird es noch schöner, also wir haben dann nicht nur erst die Grünen zu überzeugen, dass es für sie wichtig ist, die SPD zu überzeugen, dass sie mitmachen, wir werden dann noch mehr im Bundestag erlauben. Und dann wird es ja wirklich kompliziert, weil auch da wird Wertverhältnisse nicht unbedingt einfach zu schaffen. Dann reicht auch ein Ministerpräsident oder zwei, drei Ministerpräsidenten, die sich der Sache nicht so ganz sicher sind, und dann wird es wieder ein Gewiss geben. An allen Stellen, nicht ganz explizierter haben. Wenn es viele andere verbrauchen, müssen wir ganz häufig nach einem Kompromiss rauskommen. Wir investieren hier ein bisschen, wir machen was bei Cannabis als Medizin, wir richten meine Anquete-Kommission ein, bis es wirklich da oben ein Antrag eingespeist wird. Wir legalisieren jetzt Cannabis. Und dann, bis es natürlich beim Bundespräsidenten wandert, und eine ganze Menge Zeit verlieren, weil ich hoffe, ich konnte grob darstellen, wie viele Fallschulden es gibt und wie viele die Menschen zu überzeugen sind. Was wir machen können, dazu ich hier ganz konkrete Projekte. Auf fachlicher Ebene ist man ja sehr unglücklich mit dem, was die Bundesrepublikum so greift. Und gerade wer Drogen und Sucht berichtet, Drogenbeauftragten, ist dazwischen zu eilen. Selbst, da war ja auch schon ein Dokument der Drogenbeauftragten geworden, die sich als uminszeniert, die es ganz toll findet, dass es da Leute gibt, die sich um die armen armen Süchtigen kümmert. Das Wort Repression auf dem Drogen- und Suchtbericht war ein einziges Bahnhof, und das ergänzt der Drogenbeauftragten in den USA, weil ansonsten mit der öffentlichen Debatte und dem, was die Regierung darstellt, der Drogenpolitik, der gesamte Bereich der Kompression, die hunderttausenden Strafverfahren komplett ausgeblendet. Und deswegen, und wenn ich Ihnen achte, bereich, wird es notwendig sein, um einen alternativen Drogen- und Suchtbericht vorzulegen, der einen Gesamtbild aufzeichnet von der Wirkung der Drogenkonflikte, wie wir es in Deutschland haben. Mein persönliches Ziel ist es, dass für jeden Pelletat, der Bundestagswahl nächstes Jahr, von den großen Teilen, des Beraten, Wahlkurscheule vorlegen und jeden Einzelnen fragen werden, findest du es fair, dass Konsumenten von Cannabis kriminalisiert werden? Findest du es gut, dass sie sich auf den Schwarzwagen einbecken müssen? Findest du es, wäre es nicht besser, wenn es legalisiert würde? Die Namen von Fragen. Und die möchte ich jedem Kandidaten, jedem Einzelverwahlkreis-Kandidaten, möchte ich diese Fragen stellen, das Ganze online stellen, dann bin ich mal gespannt. Aber das könnte einfach in der Folie sein, um mal ein bisschen Grund zu zeigen. Insbesondere, wenn das nicht der Hand verbannt, 1500 E-Mails, 1800 E-Mails verschickt, oder wenn wir eine Briefvorlage machen, die dann jeder Einzelne von euch nehmen kann, Seitenladen einträgt und sagt, Übrigens, ich bin ein Bürger aus deinem Badkreis, und ich möchte deine unsündlichen Meilen, nicht das, was dir aus Berlin vorgegeben ist. Finde es nur fair, dass Konsumenten von Cannabis kriminalisiert werden und in der Strafverfolgung getötet sind. Findest du das wäre? Ich möchte eine Antwort von dir haben. Dann komme ich raus, ganz explizit auf euch an, dass wir wirklich in jedem Badkreis in Deutschland diese Griffe rausgehen, die halt dort gesammelt werden. und dann bin ich mal gespannt, was ich dann für Meinungsbilder gebe. Ich bedrohe dir nochmal die Leserbriefe. Wenn jedes Mal, wenn in der Zeitung der Drogen steht, ist das anders für den Leserbrief. Sei es, dass irgendwann eine Fantage hochgenommen wurde, wo man fragen muss, achten Leute, macht das denn Sinn, Leute hochzuleben, die ihr reinges Cannabis abfahren wollen, die gehen dann auf dem Schwarzmarkt herum. Wenn dann wieder Drogen gefunden werden, der sagt, schön, dass die Polizei die Pakete präsentiert hat. Im gleichen Moment ist er 20-fach von dem, was er auf dem Tisch liegen hat, über den Markt gegangen. Vollkommen erwünscht, was da dran. Wieder haben Polizisten sich in einer Schule hingestellt und erzählt, wie gefährlich an Drogen sind. Glaubt ihr denn ihr den Jugendlichen glaubt das noch? Das sind diese ganz einfachen Fragen, wo man täglich über die Zeit und auf denen viel anderes gibt, den Leserbrief zu schreiben. Bleibt in der Masse, werden sie auch ausprobieren. So, jetzt noch die Hanfttage. Ich habe beschrieben, in München gab es dieses Jahr erst mal dieses Jahr haben wir einen Hanfttag. Es gibt dieses Jahr in Köln einen Hanfttag. Es gab dieses Jahr erst mal die Hannover einen Hanfttag. Es gab viele Jahre in Frankfurt und Berlin die Hanfttage. Wann ist Darmstadt dran? Es gibt so viele Städte, wo so viele Hanftaktivisten rumsitzen, die eigentlich sich als wünschen, um das massiviert. Sorgt das dafür, dass zumindest einmal keine Zeitung aufgeklappt wird und da der Demunzug zu sehen ist, in Hannover, wo es der Rauberland Schluss mit Krimi, Cannabis normal, zweithalb Menschen demonstrieren für das Recht, Cannabis zu motivieren und gegen die Kriminalisierung. Darmstadt, 94, kann das nicht der Kontrage lehren? Ja. Das war ein Fehler für eine Pfingstrategie. Ja. Aber so reden Sie nicht nur an wenigen Stellen, sondern eigentlich sollte in jeder großen Stadt es möglich sein, so eine Pfingstrategie zu organisieren. Das sei alles hier gefragt. Zum Thema Bildung. Wer sich daran objektiv informieren möchte und wer sich möglichst mit Angst vorhat, in den Bereich im Krieg zu laden, dem empfehle ich vier Bücher. Für vier. Klingt erstmal viel, aber sie sind eigentlich alle sehr gut zu lesen. Das erste ist, drüben, nach dem Krieg gegen die Drogen und Modelle für einen regulierten Ungang. Darin wird genau das gespürt, was für viele Menschen undenkbar ist. Da wird aber die Frage explizitiert, wie könnte man mit Drogen umgehen? Da ist es mit Tabak, da ist es mit Algo, da ist es mit Cannabis, da ist es mit Heroin. Welche Möglichkeiten gibt es? Welche Währinstrumente gibt es? Und wie könnte so etwas aussehen? Da wird beschrieben, da wird die Realität beschrieben, wie es zum Beispiel aussehen könnte mit Cannabis umzugehen. Das ist für jeden Ökonom, das ist für jeden, der für die Digitalisierung überzeugt, das ist eigentlich kein Thema mehr. Aber vor allem Leute, die sich das nicht vorstellen können und davon gibt es verdammt viele, die da sehr schön beschrieben und auch für euch, wenn wir jetzt wieder gehen möchten, sehr schön sauber durchdekliniert, wie so etwas aussehen kann. Gibt es auch kostenlos als PDF-Derteil. Das zweite Buch Erkriminalisierung von Drogenkonsumenten von Legalisierung von Drogen, auch ganz neu erschienen. Eigentlich nicht das neue Standort zum Thema, weil da drin eigentlich jeder der Leute, was das Thema Legalisierung zu sagen hat kann man mal gucken über hinaus. Aus seiner Perspektive beschrieben hat, wie es aussehen könnte, da ist die deutsche EZF drin, da ist der Bundesverband der akzeptierenden EZF drin, da ist das Deutschlandverband drin, da sind weitere hier drin. Wie sieht das in Tschechien aus? Welche Effekte hatte die Inklimation komporten da? Wie sieht sie wirklich in den Niederlanden aus? Alles sehr schön drin beschrieben. Und zwei etwas ältere Bücher, aber immer noch aktuell. Das eine ist Rauschzeichen, Cannabis, alles was man wissen muss, unter anderem von Steffen Geier, Manns Aktivisten und Mannschef, die auch wohlgeschrieben, wo auch ansprechend für Lehrer, für Elternproductive bestehen wird, die grundlegenden Fakten über Cannabis, was man halt so wissen muss. Und für alle, die es auch einen Strich seriöser anbreuen, das ist persönlich für mich so die Bibel in der deutschen Versuch zu fragen, Raphael Gassmann, Cannabis neu weitliegen zu einer alten Diskussion, wo auf einem höchst fundierten Niveau unterschiedliche Aspekte vielleicht kann nichts geläuchter werden, mit allen relevanten Fragen durchdiskutiert werden, nochmal ganz klar zum Beispiel steigt der Konsum, wenn ich legalisiere, große Weiterlinien, nein, es gibt keinen Beleg dafür, wo diskutiert wird, Cannabis eine Einstiegsfrage, Bullshit, was wird von der Gegenseite immer wieder hoch mit Sorge, um die Fachleute sich einig, das ist das nicht. Oder auch, ein sehr, also, hier ein bisschen anspruchsvoller, auch wenn die genug Stellen noch mal durchdiskutiert wird, zum Beispiel die Frage, kann er das Anhängigkeit, wie sieht es damit aus? Und man sich dann die Statistiken anschauen kann, und dann Erkenntnisse rauskommen wie, ja natürlich gibt es mehr Beratungsbedarf, aber, von den Leuten, die eine Frage, wo die keinlösen Angstprobleme, ist ein Typ dabei, der da nur sitzt, weil die Polizei den Gericht, ihn hingeschickt hat, also das war ein Problem, die Strafversorgung war, oder, ein anderes Drittel, das dort sitzt, ist, ein anderes Drittel ist, da sind sie, die zwar eine Primärdiagnose haben, ein Cannabis ist ein Problem, aber die noch eine Zweidiagnose haben, weil sie doch ein Speed-Problem, ein Kokain- oder ein Heroin-Problem haben, wo man sich dann auch, relativ schnell erkennt, ja so richtig viel Aussagekraft, haben die Zahl in Erricht, oder wo beschrieben wird, dass selbst Leute die formale Diagnose bekommen haben, als sie Cannabis abgänglich sind, okay, haben sie bekommen, aber wenn man dann fragt, geht es den Leuten denn schlicht damit, wie sieht es denn aus, abgänglich einträchtig wieder durch, und wenn man dann feststellt, natürlich kann man die Definition von Abhängigkeit, die wir jetzt hier auch von Alkohol und Hyalurin haben, kann man natürlich auch auf Cannabis anbrennen, aber die Erkenntnis ist, dass die Leute ja in den Übergang haben, dass sie hochzuzüchtig sind, und dass sie keine Schulabbrecher haben, und dass der Begriff der Abhängigkeit im Bereich Cannabis genauso anzuwenden, im Bereich Alkohol, höchstreich wird, also auch dieses Buch sehr befehlenswert. Zuletzt noch die Frage, wohin müssen wir denn, in welcher Größenordnung müssen sie sich denn hier bewegen? Also mal zahlen. Wir haben in Deutschland mindestens 14 Millionen Menschen, die schon mal Cannabis konsumiert haben. 14 Millionen. Klammer auf, auch hier sollten wir uns vergessen, wenn man selbst Konsument ist, die meistens einen anderen Konsumenten kennt, ist das die eine Realität. Aber es gibt in der anderen Bereiche der Gesellschaft, wo es viele Cannabis-Nicht-Konsumenten gibt, die auch keine anderen Konsumenten kennen. Also es gibt hier eine gewisse Parallelgesellschaftung, einer von einem gewissen Teil der Bevölkerung, wo Cannabis eine ordentliche topische Erfahrung war. Aber es gibt auch manche Bereiche, wo kein Mensch weiß, was Cannabis ist und wie es wirkt, weil kein Mensch es mal konsumiert hat. Da sollte man sich auch bei der Frage, die andere Menschen reinversetzen, sich immer wieder bewusst werden. Also wir haben 14 Millionen Menschen, die vom Staat zu Verbrechern erklärt wurden, weil sich da Cannabis konsumiert haben. Auf der anderen Seite hat man letztlich auf der Amtparade 2700 Heiligen. Man merkt, es ist ausbaufähig. Wir hatten im letzten Jahr an Strafanzeigen bei konsumbezogenen Delikten, als allgemeinen Delikten, also nicht irgendwie, ich habe irgendwie ein Kino über die Grenzen gebracht, aber konsumbezogenen Delikte, hatte ich im letzten Jahr über 100.000 Strafanzeigen, dass 100.000 Menschen die Ärger im Entsatz bekommen haben. Genau. Und wegen dem Führerschein bekommen haben, oder wenn das Verfahren eingestellt wurde, das Auflagen gaben, Geldstrafen, Kurse, etc. Also Menschen, die Ärger bekommen haben, die Auffahrt hatten wegen dem Verbot. Heute gibt es sich mal 500 Leute, die sich bemühen und sagen, okay, der Staat jagt mich, aber für den Scheiß-Euro, den ich über Strafe bezahlt habe, denke ich, den Handverband und der Privatsponsor. Man merkt, es gibt um größere und um mehr Adressionsbetroffene jedes Jahr, dass es Leute gibt, die 30 Euro für die Legislierung auszugeben. Warum der deutsche Handverband ja nicht noch nicht ganz so viel rockt, zeigen wir vielleicht auch der dabei, also wenn man sich mal den deutschen Naturschutzbund anschaut, also noch eher den kleineren, der ganzen Verbundenvergleichte, der BRD, es gibt auch Greenpeace, andere Organisationen. Man hat selbst der Naturschutzbund Deutschland ein Budget von erst 20 Millionen. Der Deutsche Handverband hat ein Budget von 81.000 Euro. Da merkt man mal, also welche Liga die deutsche Regensierungsbewegung noch spielt, und wenn man noch die Handverrate dazu nimmt, das was Steffen Geier treibt, dazu nimmt, kommt man damit vielleicht auf 2 oder 300.000 Euro, wo jedes Jahr die Regensierungsarbeit gesteckt wird. Das sind Piraten, das muss man ganz klar sagen. In den USA ist man dann schon ein bisschen weiter, also das ist so das, wovon wir immer träumen, die Drug Policy Alliance, was auch dort nur eine von mehreren Organisationen ist, also das ist der gedacht, ob eine von allen Drogen zuständig ist, es gibt auch keine spezialisierte Organisation, es gibt auch Menschen, die in der Strafebeutung arbeiten und für die Legalisierung sind, es gibt es dort MAMS, von Iguana, es gibt Normen, noch viele weitere Organisationen. Dort hat, der größte Verband hat 7 Büros, 42 Angestellte und ein Budget von mehr 7.000.000 Euro pro Jahr. Man merkt, dass auch wenn die U-Bag-Buros haben ein bisschen größer sind, aber so viel auch nicht, wenn die Depression so ein bisschen heftiger ist, zwischen 81.000 Euro bei Millionen, das ist doch ein bisschen ausbaufähig. Bei MAUS ist das einzige, wo wir relativ stark sind in Deutschland, was Facebook angeht, also unsere Facebook-Fernseins hat fast zu viel wie die Drug-Polizierung aber das zahlt auch noch keine Rechnung. Was man merkt, es gibt genug Leute, die Probleme haben, genug Leute, die eigene Interesse haben, die Leute können sich zu legalisieren, immerhin 40% der Bevölkerung sind für eine Legalisierung, aber es lassen sich weder die Leute blicken, da sind sie bereit, sich zu informieren, zu mobilisieren oder zu finanzieren. Soll da gibt es einen, in diesem Aspekt, nicht weiter bestehen, brauche ich keine Pharma-Logisten, brauche ich keine Verschwörungstheorie oder Innoverenzklinger, um zu verstehen, warum sich der Drogenpolitik derzeit in Deutschland wenig bringt. Hier nochmal, wenn man sich im Video dann auch nochmal abkippen, Drogenpolitik in Portugal Vorteil der Organisierung, das ist das Werk, das von der Linken übersetzt wurde, wo beschrieben welche folgende Inkriminalisierung Ordnung er hatte, das Fachbespräch heute wird hochflüssig, die Videos sind natürlich auch auf YouTube zu sehen, sehr lesenswert. Und selbst die einfachsten Pro- und Kontoargumente durchdekliminieren, gilt es schon seit Jahr vielen, ja, auf Nahrungswege nachzulesen, dass man muss nur noch wissen, wo es steht, man muss sich kaum noch einige Merke machen, wobei das wirklich mal fehlenswert ist, aber es ist eigentlich alles ausbereitet, man kann sich die Sachen schön vorgekaut, gut verzogen, runterladen und sich weiterbilden. Und, da ist der deutsche Handverband, auch hier auch noch mal die Werbung bestattet, dass der Handverband und die Seite des Handverbandes ist, zusammen mit der Seite des Handschuhlands, vermutlich die wichtigsten Drogen und Informationsquellen im deutschsprachigen Raum, insbesondere über die ganze Zeit, wo man sich längst nicht versagen, also wenn ihr euch informieren wollt, dort findet ihr alles wichtig, ansonsten schreibt uns eine E-Mail, bitt mich auf Facebook an, wir stehen bereit, euch zu unterstützen, aber wir können es nicht alleine gucken, brauchen viele, viele, viele Unterstützer, die bereit sind, zu mobilisieren, zu informieren, zu finanzieren und zu agitieren, damit sich endlich was bewegt. Das ist mein Angebot an euch, schlagt zu und ich hoffe, ich werde euch einen groben Eintritt nachgeben, wie Kanadispolitik die Drogenpolitik in der vordersten Front aussieht in Deutschland. Vielen Dank. Also ich würde jetzt erstmal zu Fragen kommen, wenn Fragen abgearbeitet sind, großartig, wenn wir dann die Hörbarn ausschalten, wenn wir zur Diskussion kommen. Ich habe noch eine Frage zu der Folie vor die Blutargumente für den, also für die Kameras legalisierungen waren. Genau da, da war das Grund ist rassistisch. Ich weiß nicht, hatten Sie es übersprungen oder haben Sie es gut gekommen? Ja, ich habe ja Exemplar nicht einige Punkte vorgestellt. Also es ist durchaus spannend zu sehen, wenn man sich die Historie des Verbotes anschaut und die Drogenverbote in der Vergangenheit benutzt wurden. Also man sollte ja davon ausgehen, das hatte man ja immer mal einen objektiven Grund, es gibt da eine ganze Menge Verschwörungstheorien, eine Sache, die man sehr klar nachweisen kann, ist, dass das Verbot in der Vergangenheit entstanden ist, primär aus rassistischen Argumenten entstanden ist, dass die gesamte Drogenpolitik massiv von Rassismus geprägt ist, das fängt an, dass die ersten Konsumverbote gegen Rauch-Opio in San Francisco, dass man die gelbe Gefahr da bekämpfen wollte, weil dann irgendwie die Schlesen, die alten Banken gebaut haben, waren sie dann überflüssig, ging weiter darüber, dass das war ein Schwaner dargestellt wurde, dass das ist, was der Neger und der Jazzmusiker auch unter kampfwerkweise Frauen zu vergewaltigen, das ist eine richtig üble Scheiße, bis hin zu Deutschland, bis vor wenigen Jahren Hamburg brechtliche Einsatz gegen mutmaßliche Drogendealer, es war jedem, der das Gesetz verabschiedet, vollkommen klar, dass 95% der Betroffene dieses brechtliche Einsatzes, also Polizei startet jemand, vermutet, er hat Drogen runtergeschlungen, abgepackte, er wird dann auf die Wache gebracht und bekommt dann brechtliche Eingefürst, dass die Drogen erst beweichert zum Vorschlag kommen, es war vollkommen klar, dass dieses Gesetz 95% der Betroffene Schwarzefrikaner sein werden. Wenn 95% der Betroffene weiße Mittelschicht gewesen wären, hätten wir das, wer jetzt nicht verabschiedet. Auch dazu, Möbel und Möbel anwerfen, einen schönen Beitrag noch von mir, wo man wirklich vielen Stellen klar machen kann, was für üble Propaganda damit betrieben wurde, unter anderem Rassismus, auch mit die ersten, die Cannabis bei den internationalen Verregenden eingebracht haben, was in Afrika, damals, was in der Pan-Fallzeit geschieht, also die Weißen Dritten sich überlegt haben, naja, die Läger gehen auch, da gucken, mich ist Kraut, das wollen wir nicht, wir verbieten das jetzt. Also wenn solche Sachen wurden, das ist deutlich auch leichter nachzuweisen, als unterschiedliches Verschwörungstheorien, kann man schön zeigen, was für eine Kugel, glaube ich, braun. Scheiße, das ganz verboten gewachsen ist und auch heute noch weiter mit betrieben wird, also da muss man sich nur in anderen Ländern anschauen, was das als Rechtspopulismus von sich gibt, da merkt man auch ganz bei diesen politischen Instrumentalisierungsproblemen. Ja, auch in den Niederlanden. Ja, auch in den Niederlanden, aber auch in der Schweiz, gäbe es jetzt viele Weichen, aber ich habe eine Frage, wo ich soweit antworte, gibt es denn noch weitere Fragen? Können wir mit der Sanierung der Staatsanwaltschaft nicht die SPD ganz gut überzeugen? Nein, es ist eigentlich schon ein schlorisches Argument, das sind ja bei Zigaretten genauso, dass der Staat dadurch zum Prinzip wird, durch die Einladung spielst Zigaretten oder der Leute gegen ihn. Im Prinzip, ja, wir haben das auch mal, also ich weiß, der Verein zu drohen, mit denen haben wir relativ, ein bisschen scherzhaft gemeint, das ist ein Teil herausgegeben, meistens in Saarland, zu Jamaika kamen, wo sie gesagt haben, naja, eigentlich müssen doch gerade die FDP und die CDU, müssen die Grünen auch sagen, naja, das wäre doch eine gute Möglichkeit hier, auf Wirtschaftspolitik zu machen, anstatt Deutschland zu stärken, damit auch die Deutschen wieder die Farbe ab und solch die Industrie und die Naturheilindustrie wichtig push bekommt. Es ist dann leider gerade kein Argument. Das ist traurig, aber gerade, gerade bei der SPD, die, also der Sohn in seinem Wesen ist immer sehr repräsentativ für die deutsche Bevölkerung, und so ein Diebhab, Cannabis ist ein Einstiegsproge, ist das finanzielle Argument, also gerade so, dass der Grund des Staatshaushaltes einfach ein ganz ganz schlechtes, weil dann, also, man könnte sich jetzt beliebig an der dazu eine Weichheit ausdenken, wo man theoretisch auch Geld sparen könnte, aber eben klar ist, das ist so schrecklich, das wollen wir nicht machen, weil wir Angst davor haben, was die Verrücken sind. Da würde ich eher auf das Argument gehen, man könnte das Geld sinnvoller einsetzen, indem man mehr Geld für Prävention ausgibt anstatt für Polizei und da so ein bisschen auf die Sozialpädagogik der Jungen Ader drückt, das wäre wirklich eher machbar. Damit können wir die Leute wirklich eher erreichen. Ein weiterer Aspekt wäre zum Beispiel auch ein Gewerkschaftsrespekt, und zwar, wie folgt, weil viele aus den, aus dem Sicherheitsablauf haben wir gesehen, wie die Grenzkontrollen, wo sie dann Angst einfach nur gestellt haben, weil das sind die Zöllner, also, die machen ja immer noch Zollkontrollen, weil da also, ich denke, über den Niederland, also wenn die einen von Niederland nicht her, aber wie dann geschränkt kamen, da haben sie alle eine Chance gehabt, also Bundesgrenzschutz, Zoll, dass wir jeder stellen, und so, und da waren erst mal dagegen. Also, dass man da auch mal, dass es zwar, jetzt sagen wir mal, Arbeitsplätze vielleicht für die Justiz einsparen, in den Bereichen, aber dann wiederum vielleicht für die Steuertaten, oder sowas, dann freist es, dass wir halt da arbeiten können. Ja, also, dieses Arbeitsplatzapodent, was meine Gewerkschaft immer noch aufzieht, und das ist ja auch, mein Großmacher, egal, ich habe es selber wiedergegeben, die massiv die da, die die Beamten da, und, mit einem Schenk und so zu stellen, als Zöllner, aus einem Bundesbrecht, und dann haben sie gesagt, oh, mal gegen Bundespolizei, und dann machen die jetzt eine Bahnhöfe, oder sowas, oder Schwerkunft, was vorher, sogenannte Schwerkunft in der Strecke, also, dieses Arbeitsplatzapodent, was vielleicht dann für den repressiven, das Team, sogar mit der Polizei, auch mal verteilen, was dann weg, dann wird ja eine ganze Drogenverhandlung wegfallen, langfristig gesehen, und die Abteilung, die dann, also Schwerkunft mäßig, dann, so ein bisschen hochsteht, die Drogengeschichte da, überarbeitet, werden dann ganz zusammengeschmutzt, oder gar nicht mehr existent, aber dann, für den anderen Bereich, da auch nochmal abholen, das ist zwar eine Menge, aber das ist eine wichtige Sache, weil, wie wir im Einfluss bei der SPD haben, das ist halt nicht zu weg. Ja. Das im Prinzip, man kann das jetzt noch noch ein bisschen ausweiten, das hatte ich auch mal beim Vortrag, letztes Mal, nochmal vorgegangen, wo ich dachte, da wäre auch keine Drogenpolitik, wie sie ist. Das liegt natürlich auch daran, dass viele Menschen, also die Drogen- und Repressionsapparaten, sei es auch im sozialen Bereich, auch im medizinischen Bereich, die leben natürlich davon, dass das Systemkranche läuft, wie es läuft. Und die, auf der einen Seite, eingestehen müssen, also da ist, das interessanteste Beispiel, ist wirklich Frank Händel, der Drogenpolitische Sprecher der Linksfraktion, der selbst, da früher in Thüringen in einem Rauschtitzalter geleitet hat, und inzwischen offen zugibt, dass er, die Kraft seines Amtes dort, schlimme Dinge betankt, weil er das System durchgedrückt hat. Das ist natürlich auf der einen Seite, das ist eigentlich eine Lebenslüge, da müssen sich auch sichtlichen Danken weiter an die Nase greifen, aber man kann die Sache positiv umformulieren und sagen, liebe Polizei, ihr habt noch dazu, Rechtsgüter zu schützen, ihr möchtet auch Menschen, Schütze, ihr möchtet ihnen helfen, und wäre es nicht besser, wenn ihr gegen Schwerstkriminalität, gegen organisierte Kriminalität, liebe Staatsanwaltschaften, ihr habt die Aktenberge von der Wirtschaftskriminalität, die ihr nicht bearbeiten könnt, wäre es nicht sinnvoll, dann würde es nicht mehr Menschen helfen, wenn ihr gelegentlich bei jemandem der Giftmüll verklappt hat, in der Gitter bringt, anstatt Schlafenzeichen in den Kiffern zu schreiben. Also man muss, das ist insofern der ganz richtige Punkt, man muss die Leute da abholen, wo sie sind, und die Leute, die in gewissen Rufen drinstecken, die mit Drohungen zu tun haben, muss man sagen, wir sind jetzt, komm mal drauf zurück, was er eigentlich mal wollte, oder was er mal wollte, als Polizist ist, für Recht und Ordnung zu sorgen, Rechtsgüter zu beschützen, und dann ist es doch sinnvoller eben. Mehr Leute davon sagen, wo die Straftaten wirklich klar sind, wenn jemand in die Fresse schlägt, wenn jemand in die Fresse schlägt, wenn jemand umbringt, wenn jemand Wirtschaftsdelikte bedient, wenn jemand in den Millionen Schaden anrichtet, wenn organisierte Kriminalität in Deutschland existiert, da ist es doch sehr sinnvoller, doch besorgt, wie sie investieren, dass Leute auf den Jagen, die einfachste Kürze von Cannabis geschieden haben, das ist sicherlich auch noch ein wichtiger Punkt, wobei man, man kann natürlich auch wieder argumentieren, das ist natürlich, gerade nur mit Vertretern dort zu tun, wird, ich werde es am Herbst auch noch mal befreundet haben, mich mit den Polizeimenschen da zu boxen, also, obwohl ich natürlich bei dem Post gesehen, oder werde ich natürlich auch genau diese Argumente bringen, ansonsten wie gesagt, das Wirtschaftsargument, das Finanzielle Argument, zieht leider in der Form nicht. Obwohl... Weitere, vielleicht vielleicht noch weitere Fragen. Punkt. 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 Ja, aber ich glaube, noch mal, wenn ich auch denke, der Scheuer ist, vielleicht bei der CDU. Für die CDU, für die CDU, man muss, also, wenn die Karte-Politik immer noch nicht legitimiert ist, wenn die Drogenpolitik immer noch so weit wie sie ist, muss man sich ja auch noch aufmerken. Naja, sagen wir mal, wer macht politisch eben Fragen? Warum? Und da sollte man nicht vergessen, was Drogen... Und Drogenpolitik, als soziales Problem, ja, kann sehr hohen sozialpsychologisch-politischen Nutzen haben. Für einen Konservativen ist das Thema Drogenpolitik genial, weil er es als universal Argument Nutzung hat, um seine Law & Order-Politik durchzuführen. Damit kann der engste Schöne vielleicht auch eine Lösung bieten, und das Vorteil ist, der Krimi-Jegner ist so groß und immer vorhanden, dass man ihn noch nie besiegen wird, aber man kann immer mehr Ressourcen rein investieren. Und was nach dem 11. September, wurde das Argument eingeführt, wir müssen noch gegen einen Teilhautenbruch vorgehen, das war vor dem 11. September, organisierte interlaterale Ausschrift in der EU. Du bist gegen den großen Nahrungschein gelaufen, dann willst du doch in Wirklichkeit einfach mit dem nervösen Hartschicht-Dealer verteidigen, der auch auf Schulhöfen in Kinder-LSD-Spritzen verteilt. Also auch als konservative Sozialpolitiker, ist das Thema Drogenpolitik super, weil man kann alle Probleme in der EU, die es gibt, alle Probleme die Menschen haben, wenn Menschen soziale Probleme haben, dann haben sie im Durchschnitt auch mehr Drogenprobleme, was für das soziale Problem ist, aber man kann es auf die Drogen spielen. Was muss es den Jugendlichen eine vernünftige Perspektive bieten, und ausdrücken, und zum Beispiel eine bezahlte, oder eine vernünftige Bildung? Ich sage einfach, die Drogen sind schuld. Wäre Polizei, wunderbar, dann muss ich mich doch nicht weiter mit dem Hund nicht nach der Armut beschäftigen, wenn ich einen Sündendruck habe. Also aus so einer Sichtweise ist Drogen das optimale sozialpolitische Thema, weil ich dann alle Probleme der Welt einfach abschieben kann. Deswegen ist das unglaublich, auch für die öffentliche Meinung, unglaublich komplexe Sache, und das muss man halt auch in Ruhe und Durchschaffung analysieren, mit welchen Argumenten hier Drogen-Gesetze beschlossen werden, Drogenmaßnahmen ergriffen werden, und jeder, und wer profitiert alles davon, und sind sich alle glücklich, die Medien greifen ein Drogenproblem auf, die Politik verspricht, ganz viel dagegen zu machen, um noch eine Polizei anzusetzen, und der Bürger ist ja super, bei der Politik kümmert sich. Und das Ganze auch wirklich platten, dumpfen, unterkomplexen Niveau, und alles sind glücklich, zumindest was die Schattensichtgebung angeht. Komplexe Antworten, alternative Antworten zu liefern, da waren die deutsche Mitglieder der Vergangenheit selten bereit, die Navi-Ebenstellen zu akzeptieren. Und gerade für die CDU, das muss man einfach eins ganz klar unterstellen, dass auch da wieder, kann ich Frank Hilden zitieren, der ist jemand, der auch Innenpolitik war, jetzt eben war ich ja auch Polizist, der sich im Bundestag mit solchen Themen beschäftigt, und der sagt eins ganz klar, mit CDU dann kann ich mich als Linker in vielen Bereichen vernünftig auch unterhalten. Wenn es um Themen wie den Katastrophenschutz geht, dann kann ich mich mit der CDU oder auch Himmels ein Bier trinken, und wir werden uns einig. Werde ich nicht in allen Punkten, aber in ein paar Punkten werden wir uns einig in die Sache ist. Im Bereich Drogenpolitik gibt es keine Berührungspunkte. Und das liegt auch darauf, bei der CDU in dem Themenbereich, deren Unmögliches und eine mutmögliche Inkompetenzpolitik betreibt. Weil das Thema für sie einfach unglaublich nützlich ist, und in ihrer Realität und in ihrem Weltbild, auch wieder auf den Punkt der Wartung zu uns kommen, in ihrer Realität ist es einfach so denkbar, dass Leute vernünftig mit Kapitalismus umgehen. Ich unterstelle ihnen erstmal keine böse Absicht. Ich unterstelle ihnen einfach nur, dass wir in ihrer Realität, eine Parallelrealität zu unserer, wo es wenig Abwirkung steht, und in ihrer Realität macht das ihnen Sinn. Und erst wenn wir das schaffen, die Konsequenzen pisaen, sie darauf hinzuzufreisen, übrigens das ist nicht richtig, belegen wir bitte das, und schauen wir, der hat auch gekifft, der kommt damit klar, und guck mal die Studie, zeigt auch nicht das, was die vom Problem hier. Und erst wenn ich dann ihre Realität durchflöchern, wenn ich die vergeben habe, wenn ich diese Kuppel, die sie aufgebaut haben, verwirrt bekomme, erst dann werden die Leute umdenken. Und so lange stecken sie da drin. Nicht, weil sie regelmäßig in schwarzen Koffern, wie geht es in der Warmindustrie, sondern weil es in ihrer Realität verdammt, noch was die Sinn ergibt. Schwein im Wald. Gut, dann würde ich jetzt vielleicht probieren, die Kamera mit der Uhr auszuschalten, und dann können wir einfach mal ein bisschen glücklich Diskussions teilnehmen. Und da. Ich danke dir, noch mal loswerden. So loswerden. Oh, ja. Und ich auch einfach noch raus.